Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es auf Barsch mit der Baitcaster-Combo. Wir werden da hinten im Haufen versuchen einen großen Barsch zu fangen. Prototypen habe ich auch am Start. Neuheiten bei Fishing Profi und die werden wir jetzt ausprobieren. So, keine drei Sekunden hat es dauert mit dem neuen Protostick von uns. Also Prototypen, wieder schöne Kirschen. Geil. Und ich glaube der Kühler funktioniert relativ gut. Wie lange hat es dauert? Wie viel Würfe hast du gebraucht? Einen. Einen. Einen Wurf? Einen Wurf, drei Sekunden. Geil. Ja, super. Passt, dann gehen wir später genauer auf die Montage an. Okay. Passt. Bis gleich. Bis gleich. So, das ist unser Protostick. Den habe ich jetzt da in der Hälfte durchgeschnitten. Den werde ich euch nachher nur zeigen. Wirklich super Köder. Nett Schickhoff. Flocher Schickhoff. Liegt genau am Boden. Floch am Boden. Hupft rum und um. Wie ein wahnsinniges Fischerl. Empfängt dicke Barsche. Fisch. Siehst. Protostick. Hat zugeschlagen. Also diese Methode einen Barsch zu fangen ist wirklich tödlich auf Barsch. Man sieht es. Keine Sekunden hat es gedauert. Und er hat sich den Protostick einverleiht. Schöner Barsch. Wirklich geiler Kirsche. Der ist glaube ich größer als der letzte. So, es geht weiter. Jetzt probieren wir mal einen anderen Spot mit diesem Köder. Wahnsinn. Also es hat wirklich nur 3 Sekunden gedauert. Ich hab gedacht, weil der Barsch ist daneben gestanden. Ich hab ihn ja gesehen. Ich hab gedacht, er hat noch nicht bissen oder schaut ihn noch an. Dabei hat er ihn schon eingesaugt gehabt. Wirklich mega geil. Und der nächste. Und der nächste. Ah, abgekommen. Scheiße. Das ist der Köder verwickelt. Ah, man hat wieder gesehen. Ich glaube, ihr habt es in Barsch gesehen. War wieder ein guter. So, der nächste. Wieder ein Barsch aus dem Protostick. Und wenn man sich den Köder anschaut. Es ist schon verrückt. Aber fangen wir nochmal an. Fisch. Barsch. Autostick. Protostick. Und der nächste. Schöne. Und der nächste. Schöne. Wahnsinn. Also der Köder, Barschkiller, sag ich euch. Barschkiller. Schaut euch das an. Das ist nicht geil? Geile Kirsche. Fangen wir noch an. Natürlich ist die andere Barschgruppe jetzt weg. Das ist sowieso klar. Nein, der nächste. Protostick. Der nächste Barsch. So, der nächste Barsch. Wieder auf den Köder. Wahnsinn. Das war ja wirklich ein erfolgreicher Tag. Ich hätte es mir wirklich nicht vorstellen können, aber es haben sie einige schöne Barsche blicken lassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bitte den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und liken und kommentieren bei Fragen. bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020